Moin und willkommen zurück zu Psychonauts 2. Wir befinden uns hier im Oktopus, kann man das sagen, Oktopus Casino. Und wir müssen rausfinden, was wir machen sollten. Wir gehen mal kurz rein und gucken uns mal an. Wir haben noch einen Punkt hier. Oh, wir haben noch einen Punkt. Wir müssen noch ein bisschen sparen, bis wir die nächsten Punkte machen können. Aber die Karte hier. Hollys Klassenzimmer, Lobotos Labyrinth. Was haben wir? Gut, gehen wir mal rum und reden mit den Leuten. Okay. Ich weiß nicht, was ich nicht mache. Ich habe nicht die Präsentationzimmer-Praktische-Verte, um herauszufinden, wer vielleicht nicht auf die nächste Runde der Pop-Gladiatoren zu gehen. Okay. So, reden mit ihr erstmal. Rasputin, nicht auf mich aufhörst. Hör, mach mir ein favorit und rüber zum Jett, bitte? Ich brauche meine... Dowsing-Goggles. Ich lasse sie auf meinem Seat, glaube ich. Du wolltest, um eine Mission zu sein. Jetzt ist hier dein erstes Objektiv. Fett meine Dowsing-Goggles. Okay, aber schnell. Unsere Wünschelbrille ist kaputt. Okay, ich werde gleich zurück. Ich bin auch irgendwie nur eine Laufbursche. Hier kann das sein. Verrückt. Da, sie ist so ein bisschen crazy, glaube ich. Okay, holen wir die Wünschelbrille. Wo kann sie sein? Ich sehe keine Dowsing-Goggles. Ich meine, um ehrlich zu sein, habe ich keine Ahnung, was sie aussehen. Ich habe eigentlich niemals von Dowsing gehört. Oh nein. Agent Forsythe, wo geht ihr? Guck mal, sie hat uns mal abgelenkt, damit ich sie abhauen kann. Oh nein, Hollis, was habe ich mit dir getan? Rasputin, ist das du? Mia? Sascha? Agent Forsythe ist missing. Aber keine Angst. Ich werde sie finden. Hör auf, Rasputin. Wir sind in großen Probleme hier. Ja, bitte find Agent Forsythe direkt weg. Ich weiß nicht, was ich aufhauen kann. Halt auf! Ich bin auf. Okay, lass uns mal hinterherlaufen. Hui. Ich kann nicht ins Hotel gehen. Sie haben antipsychische Detektoren. Hollis muss einen Weg haben, um es zu schützen. Okay, wie können wir das bebergen, ist die Frage. Alert. Weak psychische Aktivität detectiert. Weak. Wie kann man hier an den Geräten irgendwas machen? Nee, fragen wir mal hier nach. Agent Forsythe sagen, wo sie ging? Sie hat nur gesagt, sie wird uns alle unsere Probleme lösen. Mal und für alle. Das ist nicht ominös. Wer sagt, das ist ominös? Niemand denkt, das ist ominös. Okay, doch, ein bisschen komisch ist es schon. Haben wir hier? Was haben wir hier? Toilette vielleicht? Was ist die denn? Oh ja. Gisu, Hollis ist missing. Sie hat wahrscheinlich nur gebraucht, um einen Weg zu gehen und weg von Kestern-Personalitäten zu kommen. Wie ich versuche, in diesem Tum. Toll. Sam, du kannst mir helfen, Hollis zu finden. Oh, es hat begonnen, oder? Dann bin ich in dem richtigen Platz. Ah, keiner hilft uns hier. Ist die Power raus? Okay, gucken wir mal. Was ist mit dem hier? Leute, wir müssen Agent Forsythe finden. Oh, ist sie weg? Es ist ein Trick. Sie will sehen, ob wir diese Botteln in die Botteln brechen. Ah, vielleicht gibt's hier, wenn man durchs Bild kommen hier. Guck mal kurz. Nein, aber die Pflanze kann ich recht brennen. Das war ja nicht so viel. Hier oben, irgendwas an die Pflanze hier. Na auch nicht, ne? Da kann ich nicht. Wir müssen sehr eng wieder rausschleichen. Ich frage, wie wir das machen am besten. Ich werde uns einfach nicht sehen. Well, if I can't have one of those. Ich werde nur den Scheinwerpern haben. Bro, warte mal. Da kann man doch vielleicht ein bisschen längst klettern, oder nicht? Vielleicht können wir doch unser längst klettern, mal gucken. Okay, das war dumm. Das war dumm. Das war dumm. So wollte ich es eigentlich nicht machen. Ich werde überlegt, dass ich da drüber springen kann, aber... Kann man die abschießen? Okay, so geht's auch. Ah, da kann ich rein, so... Zack, dann haben wir zwar hier längst. Vielleicht kann ich mich auf den Weg. Vielleicht kann ich das jetzt sehen. Ah, guck mal! Ja, so geht's. Oh! 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 glück gehabt würde ich sagen er ist auch sehr mutig ok da ist sie rein viele menschen Sie spielt. Was macht er jetzt? Ah, okay. Natürlich clever von ihm. Wieder in ihren Geist einzudringen. Gut. Ah, guck mal. Hm. Well, it's different. Ja, es sieht wirklich anders aus. Okay. But maybe it's not so bad. Haha. Warte, wir machen auf jeden Fall einmal. Da brauchen wir unser... Hey Quatsch, das ist zum... Ja. Okay. Mal gucken, wie wir das hier verknüpfen, ne? Jo, wo noch drin? Oh, nein. Oh, das wär's runtergefallen. Auch nicht. Musst wir alle einsammeln, oder? ein halbes gehirn oder ein ganzes super Zeug, Zeug, Zeug! Wir gehen nur mit dem Risiko, das nehmen wir nur mit. Wir nehmen einfach mal alles mit, was es so gibt hier. Das ist noch eine Gehirnhälfte. Yes! Okay, aber da ist das Risiko, es gibt nichts anderes hier, oder? Wollen wir so was das Ding hören? Oh, das Ding da sein. Und dann nochmal. Großes Risiko da. Vom Risiko jetzt da. Agent Forsythe, bist du hier drin? Oh, ich mag das ein bisschen. Okay. Jetzt fallen wir bestimmt wieder hinten raus, in eine andere Richtung. Ja. Oh, das mal sehen wir halt alles ein bisschen in bunteren, in bunteren Gefielden. Oh nein! Sieht so aus wie Hollis hat eine spontaneische Veränderung in ihrer Welt. Unreguliert mit meiner unabhängigen Medellin mit ihren Gedanken. Ja. Jetzt sieht es echt genauso aus wie, also wie wir es verändert haben, beziehungsweise... Wer bin ich schuldig? Ich muss wiederholen Hollis' quiet room finden und diese schlechte mentalen Verbindung, die ich hatte. Das musst du wohl. Äh... Was ist er denn? Schwerer Zensor, zerstört Gedanken, die nicht hierher gehören. Oh. Oh! Die necessität steht. Oh- Ich sehe gerade nichts, da. Wo kommen wir mehr? Ei, ei, ei. Ich bin ein bisschen, wenn, ich bin ein bisschen Leben. Wollen wir es mal schnell? Uah! Jep! Oh mein Gott. Warte. Warte. Warte mal kurz. Fahre ich von hier oben platt. Geht doch eigentlich ganz gut. Warte mal kurz. Warte mal kurz. Warte mal kurz. Warte mal kurz. Guter Spruch, aber egal. Aber wir können da noch ein Ding einsammeln. Das machen wir doch schnell. Körgerveer. noch hier einen lieben Bauch. Gut. kann man schon leben holen ok dann lassen wir reingehen in die obwohl das muss noch das dollarzeichen oben haben glaube ich wir sind alle gefunden haben die draußen aber die palme haben auch nicht das sieht alles so wie aus mit alles die zugehörigen jetzt haben wir wirklich alle oder sieht ja noch mehr ein spiel da ok Ich bin so sorry, Doktor. Nein, aber es kann nicht helfen. Die Patienten sind einfach schlechte Glück. Geil, der Arzt. Oh, wir müssen gleich einen Weg geben hier. Okay. So, wie ist es los? Oh, das ist nicht gut. Oh, das ist nicht gut. Oh, nein! Rasputin, was machst du hier? Sorry. Ich wollte nicht, dein... ...Hospital... ...Casino. Oh, jeder ist willkommen in der Casino. Beide Gämpfer, wie würden wir sonst Geld machen? Nein, du kannst nicht hier sein, weil es ist der High Roller-Lounge. Oh, oh. Warte, Agent Forsythe, ich muss dir sagen... ...Ahaaah! Was denn? Oh, pfuh. Es ist nur die Morgue. Oh, das ist nicht so schön. Oh, das ist nicht so schön. Oh, das ist nicht so schön. Oh, wir haben einen Patienten hier. Nehmen Sie eine Erkennung. Er braucht eine Erkennung. Der Minimum in der High Roller-Lounge ist, äh... ...$3.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000? Ah, mein Patient ist zu sterben. Er braucht fancy Trinken. Stat. In meiner Meinung nach, Dein Patient braucht eine Dose von 3 Millionen Dollar. Da hinten gehts noch irgendwo hin. Guck an. Noch ein Clash. Er müsste noch ein bisschen schneller laufen können. Aber noch schneller laufen kann er nicht. Okay los gehts. Wut? Oh. 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 Natürlich. Oh. Echt jetzt? Geben sie dich auf. Früh oder später gewinnen sie. Die Systeme ist manipuliert. Vielleicht könnte ich sie nicht das beheben. Das wäre cool. Oh. 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 What do you do? Hm. Oh. I can't seem to connect to that idea. Nein mehr Batsch! Wir hoffen auf das Dicht, dass ich mein erstes Milch gemacht habe. Hey, jetzt keine Regulierungsschule! Ich habe keinen Kniekontroll. wir müssen gar was machen dass man irgendwie wieder hin dass es funktioniert okay oh okay Oh, okay. Oh, super. Achso, hätten wir auch so machen können. Da hieb es noch mal rauf. Das war doch nicht was nur, ne? Oh. Ah, Mist. Oh, Mist. Hau, Decker. Noch das Leben. Okay, da längs. Oh, das war vielleicht uncool. Ah, geht es doch nicht mehr. Hier geht es auch längs. Oh, ich muss noch da oberhaupt kommen, glaube ich. Ah, okay. Warte. Oh. Okay, dann kriegen wir das Ding da oben auf jeden Fall noch mal. Den wir auch noch mit. Oh, du komisches Bild. Okay, und zurück. Das ist aber auch echt eine abgefahrene Welche, oder? So, ähm. Ach. Was war da, oder? Okay. Gut, sind wir noch runter? Wir sind direkt vorbei an dem. Kurz überlegen, wie wir da hinkommen am schnellsten. Oh. Oh, fuck. Nein. Komplett gestorben. Wo ist der Notenpunkt wieder anfangen? Welcher Notenpunkt war das? Oh, fuck. Na gut. Das ist das erste Mal passiert, ne? Das wäre wirklich mal ganz zurückgehen müssen. Oh, honey. Das ist alles einsam. Das ist ein bisschen weg. Aber machen wir halt mal trotzdem. Was ist das so? Mehr Leben kann man eh nicht holen. Oh, das ist töten mich. Warte mal. Warte mal. Halt. Halt. Ich habe jetzt das Teil dahinten noch einsammeln. Oder haben wir es eingesammelt? Ich muss kurz mal gucken und nicht, dass ich es verloren habe. Das wäre ärgerlich. Ein neuer Winner mit jedem Spinner. Jetzt haben wir es trotzdem eingesammelt. Das sehe ich gerade. Okay. Okay. Wo du schießt? So Ich weiß, du solltest nicht sagen, das zu mir. Ich kann nicht so sein, dass ich mit dieser Idee zu verbinden kann. Natürlich, das ganze System ist verraten. Aber ich meine, ich bin nur eine Person. Ich gehe noch einmal zurück, für das Ding jetzt haben. Wenn ich schon hier bin, will ich alles haben. Versuchen zumindest. Komm her, komm her, komm her. Okay. Okay, das war dumm. Die wieder mit dem Kohle ist verbunden? Hä? Das ist jetzt Quatsch. Hä? Das habe ich jetzt nicht verstanden, warum die Verbindung da weg war? Weil ich jetzt mit dem Kabel verbunden habe. Naja, egal. Naja. 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 Hey, was ist denn das hier? Das ist so merkwürdig. Kommt so vor, als ob mein... ...marsche Kaputt ist hier. Ja. Okay, das haben wir mitgenommen. So, jetzt hier durch wieder, ne? So, das holen wir. Achso, wir müssen das Ding da oben auch noch holen, ne? Versuchen wir nochmal. Jetzt haben wir wieder ein bisschen mehr Leben, hier geht's rein. Schnell da rüber. So, und zurück. Weg. Okay. Nein. Okay, wir müssen auch überlegen, wie wir da rüberkommen, weil diese Dinger sind ja wirklich nervig. Warte mal, wir müssen warten, bis er weg ist. So, und den kriegen wir auch noch da oben. Okay, aber dann müssen wir von da, da durchschießen. Okay. Okay. Effektivität. Aber jetzt wird's schwierig, glaub ich. Oh, ne. Ah, ich hätte... Ich hätte schneller fliegen sollen, schneller mich umdrehen müssen. Gut. Warte mal. Oh. Wir sind ne Einsammleer noch. Okay. Okay. Trotz. Und los, los. Und jetzt? Ach so. Ah, okay. Warte mal. Okay. Warte mal. Was? Was? Ja, ist klar. Okay. Okay. Wir müssen die nächste Karte holen. Das machen wir beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Tschüss. 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 Tschüss.